Hallo liebe Follower, hallo liebe Fußballbegeisterte, mein Name ist Lietz, ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt und ich stehe heute nicht in Sachsen-Anhalt, sondern an der magischen Fennmeile. Hier direkt hinter mir wird gerade die Fennmeile aufgebaut am Brandenburger Tor, Ecke Straße des 17. Junis und ich bin hier nicht, weil ich erklären will, dass Mailand-Madrid nicht im selben Land liegen, für die, die fußballbegeistert sind, wissen, was ich meine, sondern ich bin hier, um euch einzuladen, mitzumachen. Wir haben auf unserer Videobeschreibung eine kleine Information, dass wir ein Tippspiel machen von der SPD-Europagruppe und macht mit, gewinnt und habt viel Spaß zur Europa-Fußballmeisterschaft und glaubt mir, andere Parteien sagen, es wird nur noch eine europäische Fußballmannschaft geben. Diese Parteien haben keine Ahnung vom Fußball, wir werden weiterhin Regionalligen, Bundesligen haben und natürlich Nationalmannschaften und in dem Fall viel Spaß und kommt dann zur Fennmeile hoffentlich, holen wir den Titel. Tschüss!